Du kennst den Spruch, wie im Innen so im Außen. Und solange du gestresst im Notfallmodus, im Hamsterrad unterwegs bist, werden dir nur Menschen begegnen, denen es ganz ähnlich ergeht. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von innen sieht ein Hamsterrad fast genauso aus wie eine Karriereleiter. Und sein Leben zu leben, hat aus einer gewissen Sicht heraus fast nichts zu tun mit sich anstrengen. Wir leben in einer Zeit, wo es längst nicht mehr um Leistung geht, sondern wo es um Wirkung geht. Was immer im Moment dein Stundengehalt ist, wenn du dir jetzt zum Beispiel ausrechnest, wie viele Jahre du arbeiten möchtest, bis du zum Beispiel die sprichwörtliche Million zusammen hast.